Der Herr, die Steuerung in ihrem Spiel ist ziemlich... Schatten! Die Waffe dreht sich immer in die falsche Richtung! In meinem Spiel kann man ja zielen, indem man hinter der Waffe seinen Finger bewegt. Scheinbar haben das aber viele von euch nicht ganz verstanden und immer vor der Waffe rumgetippt. Wodurch sich die Waffe dann halt in die falsche Richtung gedreht hat. Dann ist mir aber aufgefallen, dass man in meinem Spiel gar nicht nach hinten zielen muss. Deshalb habe ich einen brandneuen, revolutionären Code für die Steuerung der Waffe geschrieben. Und zwar ist es jetzt so, dass ganz einfach die Entfernung zwischen deinem Finger und der Mitte des Bildschirms zur Rotation der Waffe genutzt wird. Heißt, die Waffe zielt jetzt immer nach vorne und je weiter oben oder unten du tippst, desto mehr dreht sich die Waffe in die eine oder andere Richtung.